In der Academy vom ICF Schwarzwald Bodensee bilden wir Leiter für das Königreich Gottes aus. Wir wollen dich trainieren, in einer tiefen Gottesbeziehung zu leben und andere Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen. Als Jünger Jesu andere Menschen zu Jüngern zu machen. Wir wollen dir ein starkes theologisches Fundament vermitteln und dir beibringen, wie du mit der Bibel Antworten auf die Fragen unserer Zeit findest. Im Laufe von so einem Academy im Jahr wirst du dich ganz tief kennenlernen und auch deine individuelle Berufung besser verstehen. Und natürlich wollen wir dich befähigen, als Leiter dich zu entwickeln und dein volles Potenzial zu entfalten. Das Ganze läuft berufsbegleitend für 10 Monate ab Oktober diesen Jahres. Und du kannst entweder hier vor Ort in Fillingen an der Location teilnehmen oder kannst dich online dazuschalten. Bewirb dich jetzt, wir würden uns riesig freuen, wenn wir uns in dich investieren dürfen.